Musik Eine innovative Flügelkonstruktion, welche sich am Vorbild der Vögel orientiert, könnte zukünftig eine umweltschonendere Methode zur Fortbewegung durch die Luft darstellen. Musik Durch die intelligente Nutzung von Turbulenz wird der Luftwiderstand geringer, was zur Folge hat, dass Fliegen wesentlich energiesparender und ökologischer wird. Die dynamische Eigenschaft des bionischen Flügels macht das Profil gerade im Extrembereich leistungsfähiger. Diese Neuentwicklung im Bereich der Aerodynamik, ein Flügel mit dynamisch veränderlicher Oberfläche, ermöglicht unter anderem effektivere Landemanöver, wodurch Landebahnen extrem verkürzt werden könnten. Die Natur ist oft das beste Vorbild, manchmal muss man eben einfach genauer hinsehen. Nominiert in der Kategorie Luftfahrt Felix Schaller Kategorie Luftwiderstand Kategorie Luftwiderstand Kategorie Luftwiderstand Kategorie Luftwiderstand Kategorie Luftwiderstand Kategorie Luftwiderstand